Heute zeige ich dir, wie du mit ein paar Tricks ein Gemüse-Rap machst, der garantiert jedem schmeckt und bei dem du kein Fleisch vermisst. Viel Spaß! Als Zutaten kannst du eigentlich fast alles an Gemüse nehmen, worauf du Bock hast oder was du auch einfach da hast. Also damit kannst du auch richtig gut Reste verwerten. Was du aber auf jeden Fall reintun solltest, sind Kartoffeln, weil die einfach wirklich gut füllen. Ich habe hier dann noch etwas Zucchini, dann einmal eine lila und eine normale Möhre, aber du kannst auch nur ganz normale Möhren nehmen. Außerdem habe ich noch eine Aubergine aus Sizilien. Die habe ich auf dem Markt bei so einem Stand gesehen und dachte mir, die muss ich sofort mal mitnehmen und ausprobieren, weil die noch ein bisschen süßer als normale sein sollen. Aber auch hier kannst du natürlich eine ganz normale Aubergine nehmen. Und zuletzt habe ich noch einen Blumenkohl. Das kannst du dann erstmal alles an die Seite legen und deine Kartoffeln nehmen. Die müssen kurz abgewaschen und abgetrocknet werden. Und dann kannst du dir einmal genau an... Oh! Oh! Und dann kannst du dir die einmal genau angucken, ob die auch wirklich sauber sind und... Oh! Mann! Hui! Was war das denn jetzt? Und dann nimmst du dir die Kartoffeln und schneidest sie so ungefähr in gleich große Stücke. Jetzt kommt ein wichtiger Trick, den du machen kannst. Und zwar kommen die Kartoffeln jetzt in eine Schale und dann kommt da ordentlich Salz dran. Dann schüttelst du die durch und stellst die an die Seite für mindestens eine Stunde. Was das bringt, zeige ich dir gleich. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Schritt. Im Grunde kannst du jetzt das gleiche mit dem ganzen anderen Gemüse machen. Also einfach einmal den Blumenkohl ein bisschen klein hauen. Ich habe den dann erst einmal in der Schale abgewaschen. Und dann den Rest vom Gemüse auch einmal abwaschen und nacheinander klein hauen. Im Grunde kannst du das machen, wie du willst. Was aber halt auch wichtig ist, dass die Dinger gleichmäßig geschnitten sind. Also die Zucchini, die Aubergine und die Möhre sollten alle gleich große Stücke sein. Bei der Zucchini mache ich es zum Beispiel so, dass ich sie der Länge nach Viertel und die Dinger dann einfach in gleichmäßige Stücke haue. Und die beiden Möhren habe ich dann einfach einmal geschält und dann schräg mit dem Messer geschnitten. Danach einmal die Möhre gerollt und nochmal einen Schnitt gemacht. So kriegt man meiner Meinung nach die gleichmäßigsten Möhrenstücke. Und man kann vor allem, wenn man so ein dickes Stück hat, dann das Ganze nochmal halbieren und nochmal so machen. Und auch am Ende sind die Stücke gleichmäßig. Dein Gemüse kommt dann jetzt auch in eine riesige Schale, aber nicht die gleiche, wo die Kartoffeln drin sind. Und dann haust du da wie bei den Kartoffeln ordentlich Salz dran und schüttelst die richtig durch. Du kannst das und die Kartoffeln übrigens auch in einen Sieb tun, wenn du eins hast, was groß genug ist. Weil dann kann die Flüssigkeit abtropfen. Aber da ich nur so ein normal großes Sieb habe, muss ich die Flüssigkeit nach einer Stunde abgießen. Und hier siehst du jetzt wirklich, was der Sinn dahinter war. Das Gemüse hat nämlich jetzt richtig viel Flüssigkeit verloren. Und diese Flüssigkeit wäre später natürlich auf unserem Backblech. Und dadurch würde es einfach nicht so knusprig werden, wie es kann. Das war jetzt nur die Flüssigkeit aus den Kartoffeln. Hier kommt noch die Flüssigkeit aus dem ganzen anderen Gemüse. Das Dunkle ist jetzt übrigens kein Dreck, sondern das kommt einmal von der Aubergine und von den Möhren. Und durch dieses Liegenlassen mit dem Salz haben wir jetzt dafür gesorgt, dass diese ganze Flüssigkeit schon mal nicht in unserem Essen landet. Als nächstes würde ich dir empfehlen, die Kartoffeln einmal abzutupfen, sodass wirklich auch die ganze Flüssigkeit von außen weg ist. Dann kannst du die wieder in deine Schale tun und ein kleines bisschen Olivenöl dran tun. Dann musst du es nur noch würzen mit den Gewürzen, auf die du Lust hast. Ich habe einmal ein bisschen Chili-Pulver genommen, dann etwas frischen Pfeffer mit dran getan. Als nächstes noch etwas Paprikapulver und Cayennepulver. Außerdem noch ein bisschen Knoblauchpulver und eine Menge Oregano. Salz braucht da jetzt übrigens nicht mehr dran, weil das haben wir ja vorher schon dran gemacht. Das heißt, das ist schon in die Kartoffeln eingezogen. Und dann kannst du die Teile einfach richtig schön durchschütteln, sodass überall was von dem Gewürz dran kommt. Wenn du dir das jetzt anguckst und dir denkst, hey, das kann nicht geil werden, dann weiß ich nicht, was bei dir falsch läuft, weil ich finde, das sieht so lecker aus. Ich würde das am liebsten so schon essen, aber gebacken ist es natürlich besser. Also ab damit auf ein Backblech mit Backpapier. Und hier musst du darauf achten, dass die Dinger sich nicht berühren, beziehungsweise so weit wie möglich auseinander sind. Und du siehst auch, mein Backblech wirkt eigentlich noch fast leer, aber das ist gut so. Das ist schon fast zu voll eigentlich. Wenn du dein Backblech zu voll machst, dann hat sich der erste Schritt schon fast nicht mehr gelohnt, weil die Kartoffeln dann trotzdem nicht knusprig werden und einfach nicht so gut schmecken, wie sie können. Dann kannst du das Ding in den auf 200 Grad vorgeheizten Backofen schmeißen und für so 10 bis 15 Minuten backen. Jetzt musst du die Kartoffeln einmal so ein bisschen wenden und nochmal 10 bis 15 Minuten backen oder bis sie halt wirklich goldbraun sind. Dann nimmst du sie aus dem Backofen raus und schmeißt sie auf einen Teller mit einem Stück Küchenrolle. Das ist einfach nur dafür da, dass wenn da noch ein bisschen Öl oder andere Flüssigkeit dran ist, das auch noch abtropfen kann. Und die Teile sind jetzt richtig knusprig. Aber das war natürlich noch nicht alles. Du musst noch den Rest vom Gemüse machen. Das würde ich ähnlich wie die Kartoffeln einmal auf ein bisschen Küchenrolle legen und etwas abtupfen. Und ich habe dann nochmal das Zeug ein bisschen zusammengedrückt, um noch mehr Flüssigkeit rauszuholen. Das musst du jetzt nicht unbedingt machen, vor allem wenn du nicht so viel Küchenrolle verbrauchen willst. Ich habe das aber jetzt trotzdem mal gemacht, um dir zu demonstrieren, wie viel Flüssigkeit da immer noch drin ist. Und du siehst es halt hier beim Auswringen, da kommt noch richtig was raus. Das würde halt alles rauskommen, wenn du es noch länger liegen lässt oder sogar in einem Sieb abtropfen lässt. Jetzt aber erstmal wieder die ganzen Gewürze dran schmeißen. Dann ist mir noch aufgefallen, dass ich bei den Kartoffeln das MSG vergessen habe. Deswegen schmeiße ich hier ein bisschen mehr mit dran. Dann auch hier noch ein bisschen Olivenöl dran und alles richtig schön durchwerfen. Einen Teil davon aufs Backblech legen und bei der gleichen Einstellung backen, bis alles schön gebräunt und ein bisschen knusprig ist. Da ich ja die Dinger getrennt in den Backofen geworfen habe, schmeiße ich kurz bevor das restliche Gemüse fertig ist, die Kartoffeln einfach mit aufs Backblech und vermische alles gleichmäßig. Und dann nehme ich mir noch meinen Wrap und mache den ordentlich nass und schmeiße ihn auch mit drauf. Dann kann das Ganze nochmal für ein, zwei Minuten in den Backofen. Und eigentlich bist du dann schon bereit, um das Ding zu bauen. Das Teil wird dann gleich mit Mayo belegt. Aber hier kommt nochmal ein Pro-Tipp, nämlich einfach irgendeine Mayo, sondern mach dir einfach eben eine richtig gute Knoblauch-Mayo selber. Das ist richtig easy und dafür musst du eigentlich nur ein frisches Ei trennen und das Eigelb in deine Schale tun. Dazu den Saft von einer halben Zitrone schmeißen. Und noch ein bisschen Dijon-Senf oder wenn du den nicht hast, ganz normalen Senf mit dazu schmeißen. Jetzt noch eben eine Knoblauchzehe mit reinreiben. Und dann kannst du das ordentlich durchhauen mit deinem Schneebesen. Und wenn das dann gleichmäßig vermischt ist und so aussieht wie im Video, kannst du langsam etwas flüssiges Gold mit reinlaufen lassen. Also natürlich Rapsöl oder Sonnenblumenöl, ne? Das musst du am Anfang aber wirklich auch langsam machen, sodass das erstmal ein bisschen andicken kann. Und dabei hilft es übrigens eine schwere Schüssel zu haben, damit du gleichzeitig rühren und gießen kannst. Und wenn das dann irgendwann ein bisschen dicker wird, kannst du auch ruhig ein bisschen mehr auf Mahl reintun und durchmischen. Dann musst du nur einmal die Konsistenz testen, gucken, ob es dir so gefällt und natürlich einmal abschmecken. Mir war es dann so noch nicht dick genug, deswegen habe ich noch ein bisschen Öl mit reingeschlagen. Und dann habe ich es noch eben nachgeschmackt mit ein bisschen Salz und Pfeffer gewürzt. Und dann hast du dir auch schon die perfekte Knoblauch-Mayo oder eben Aioli selber gemacht. Dann musst du jetzt nur noch deinen warmen Wrap auf den Tisch klatschen. Ein bisschen was von deiner frischen Mayo mit drauf schmieren. Da drüber noch ein bisschen Ketchup verteilen, einfach nur für so einen kleinen, süßen, säuerlichen Kick. Dann natürlich gleichmäßig dein Gemüse verteilen und achte wirklich darauf, dass du von allem so ein bisschen hast. Wenn du willst, dann noch ein bisschen Mayo und einen kleinen Schuss Ketchup. Und dann klappst du die beiden Seiten links und rechts nach innen und faltest den Wrap einmal über sich drüber, rollst ihn so zusammen und fertig. Eigentlich muss man da natürlich jetzt so direkt reinhüpfen, aber ich habe es für dich nochmal einmal zerschnitten, damit du auch reingucken kannst. Und das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Schau dir das Ding mal an, das sieht wunderschön aus. Und das Teil gönne ich mir jetzt mal. Und glaub mir, es hat mich wirklich umgehauen. Es schmeckt so gut und man glaubt überhaupt nicht, dass da eigentlich nur Gemüse drin ist. Aber einer der Gewinner ist auf jeden Fall diese Aioli hier. Die haut richtig rein mit den ganzen Gewürzen an dem Gemüse dann. Und davon könnte ich mir wirklich 10 Stück reinziehen.